Hallo, grüß euch, guten Morgen, ich mache heute einen Zwetschgenkuchen und zwar einen total guten, saftigen Gurken, natürlich ist da auch Butter drinnen und alles gute Sachen und die schmecken natürlich auch viel, viel besser, es wird eh, was eben nicht so viel Fett drin haben, also mir braucht keiner erzählen, dass mit wenig auch alles gut ist, am besten ist es, man muss halt ein bisschen ein kleineres Stückchen essen und zwar habe ich da von fünf Eiern Eiweiß, eine Prise Salz und Zucker, Kristallzucker, habe ich so einen Schnee geschlagen, bitte wenn ihr so einen Schnee schlagt, Salz könnt ihr dann dazu, die Prise und dann weiß anschlagen lassen, bitte tut es nicht in Zucker gleich dazu, das wird auch nichts und dann Löffel für Löffel dazu und dann wird es auch so ein wunderschöner Schnee, den tun wir jetzt auf die Seite, dann haben wir da die fünf Dotter drinnen, da tun wir jetzt in den Stab gezuckertet, nein, Entschuldigung, das ist jetzt falsch, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch, das müssen wir jetzt aufnehmen, das habe ich jetzt da reingetun und das gehört aber nicht da reingetun, wir müssen zuerst in Butter und in Zucker schaum mitgeschlagen, das tut nichts, und jetzt, da seht ihr, dass ich auch mal nicht denke, wenn ich da mal einen Fehler mache, da machen wir auf die Seiten, die fünf Dotter, das tut es mir an, und zwar tun wir jetzt da in Butter rein, eine weiche Butter bitte, am besten ist das wie das Zähmepacken, weil meine Videos schaut, der weiß das, immer alles ziehen wir an, den habe ich einfach gestern nach Nacht raus, also jetzt ist er sehr weich, aber das macht ja nichts, am besten ist so weichsweich, Butter und Stabzucker, und Vanillezucker, ich nehme über meinen selber gemachten her, und wenn ihr den nicht habt, bitte einfach so ein Packchen Vanillezucker dazu tun, da kommen schon die Schoten raus, und tut auch nicht die Schoten wegschmeißen, die könnt ihr hundertmal hernehmen, immer wieder Zucker drauf, der nimmt sofort den Geschmack an, und das tue ich jetzt ganz schaumig aufräumen, und wenn es richtig schaumig ist, dann schalte ich die Kamera wieder ein, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis es wirklich hell, richtig schön schaumig ist, gell? Ja, ich bin dann gleich wieder da, So, die Butter ist jetzt schaumig, Nachher wollte ich euch noch sagen, wer bitte das als Blechkuchen machen will, ich mache das in der 26 cm Form, ich halte den Kuchen ein bisschen höher, und tue ganz viel Zweckchen auf, aber auch ein bisschen höher, ich mag das ganz gerne, weil der Kuchen sehr saftig ist, also er ist nicht trocken, dann kann man das auch nicht weiter machen, wer das aufs Blech haben will, bitte die eineinhalbfache Menge, ich tue jetzt die normale Menge rein, und wenn ich es aufs Blech haben will, einfach mal eineinhalb, dann tun wir die Eier vorsichtig, immer Ei für Ei, damit das ja nicht gering wird, Und wenn das Ei gepuppen hat, dann tun wir das nächste Ei rein. Ich sehe schon, weil alles zimmer warm ist, dann geht es gut. Ja, dann machen wir die Nächste Ei rein. und das ist schön, Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich 62,5 ml Milch, das ist ein 16, also ein Viertel ist 250, ein Achtel ist ein 25 und das ist 62,5 Allerdings ist das ein bisschen zu viel Siehe ich gerade, da muss das Haarfälle nicht gerade gestanden sein Jetzt Und das nehmen wir jetzt noch dazu Und das nehmen wir jetzt noch dazu So, das ist jetzt eine richtig schöne Buttermasse mit den Eiern Und dann Dann tun wir einen Teil vom Schnee relativ flott unterheben Also das tun wir nicht unterheben, sondern unterrühren, also reinrühren Und den Rest, den tun wir vorsichtig unterheben und teils Mehl und teils Schnee Tut den Schnee ein bisschen schmierig schlagen und nicht so ganz stichfest Weil sonst tut der Kuchen ein bisschen zusammen hocken Am besten geht es, wenn der Schnee ein bisschen schmierig geschlagen ist Schon fest geschlagen, aber halt noch schmierig Weil sonst kann man ihn oft mit dem Messer durchschneiden Das tue ich jetzt bei den Kuchen zum Beispiel nicht Das tun wir jetzt ganz vorsichtig Da ist einfach schon die Kuchenmasse einfach schon so schön Da sieht man schon, dass es ein richtig guter Kuchen wird Ich tue immer nachher noch alles ein bisschen zusammenputzen Und von unten auf Also da habe ich noch Mehl Entschuldigung Ich merke, dass es noch früher ist, bei mir Weil natürlich muss die Masse ein bisschen fester sein Weil sonst sicken ja die Klaumen rein So Jetzt glaube ich Da haben wir eine super schöne Sandmasse Ihr habt gesehen, das geht eigentlich ganz, ganz nahe schnell Ich mache jetzt das mit meinem Backbrennfett Ich werde das nachmachen, das ist auch schon im Netz, das Video Und da waren die Damen so nett und haben es ausprobiert ohne Thermomix Und haben mir geschrieben, dass das auch mit dem Pürierstoff wunderbar geht Also man braucht da nicht einen Thermomix dazu Man braucht überhaupt zum Kochen und zum Backen keinen Thermomix Das muss ich jetzt sagen Aber er erleichtert das schon alles Das muss ich jetzt auch sagen Und so wie der Thermomix püriert Oder Marmelade machen mit Thermomix machen Das ist einfach leicht daran Ich brauche nicht dastehen und brauche rühren Sondern das tut alles das Gerät Und da muss ich sagen Und da muss ich sagen Ist das sicher super Keine Frage Aber wer das nicht hat Wer es sich nicht leisten kann Der kann genau im gleich guten Kochen machen Das ist nur eine Zeitersparnis Und einfach handwerklich auch oft fein an Tag schlagen Oder ich tue viel Brot backen Dann ist einfach der Thermomix super Aber man muss nicht Das geht ohne Thermomix genauso Also Jetzt brauche ich wieder die Brille So das ist jetzt eine total schöne Sandmasse Den könnt ihr aber auch zum Beispiel Wenn ihr kein Obst habt Und es möchtet ihr mal so einen trockenen Kuchen Dann tut ihr das Nehmt ihr die Masse her Und tut ihr es in eine Kastenform rein Das ist überhaupt total Wurscht Das spielt keine Rolle Ich nehme das auf die Seite Dann wasche ich mir nochmal die Hände Dann tun wir die Winkelpalette raus Dann zeige ich sie Dann einfach ein bisschen glatt streichen Das Backerl habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze Heute fällt ein bisschen bei mir Ich bin glaube ich noch nicht ganz munter So Und da tun wir jetzt ganz dicht Die Zwetschgen auflegen Ich tue das immer so Dass es wirklich total viel abgestorben ist Weil das ist mir das Liebste Ich hoffe ich habe gemerkt Jetzt müssen wir schauen Jetzt müssen wir schauen Das sind große Zwetschgen gewesen Und das geht sich raus Das ist so eng und eng dunkel Und so mache ich jetzt den ganzen Kuchen fertig Wir tun ungefähr 45 Minuten ins Backerl Ich sage gleich schon dazu Bevor jemand schreibt ob kein Backpulver rein ist Es ist kein Backpulver rein Es muss auch nicht in jedem Kuchen ein Backpulver rein sein Backpulver nimmt gern ein bisschen Geschmack Und wenn es nicht sein muss Weil die Eier schön aufgeschlagen sind Dann braucht es keinen Backpulver Ich mache das jetzt so Und nach 45 Minuten schaue ich mir ihn an Wenn er fertig ist Dann zeige ich euch natürlich Wenn ich ihn vom Rerl aus so tue Also das ist alles gewesen Geht relativ schnell Und tschüss der Welt Bis er fertig ist Pfiat euch So Der Kuchen ist jetzt fertig Schaut super schön aus Aber allerdings war er eine Stunde im Backpulver Weil er wahnsinnig aufgegangen ist Ich tue jetzt da noch einen Stabzucker drauf Mache ein Foto Und dann lassen wir uns den schmecken Ich wünsche euch einen schönen Tag Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video Pfiat euch